Hallo zusammen! Herzlich Willkommen in der Küche von Emily. Ihr kennt sie wahrscheinlich von Watson. Da macht sie lustige Videos über Kanadier. It's grüezi and agueta and samletzi mertli. Jetzt will sie mal ein deep Video haben und ihre echte Welt sehen. Aus diesem Grund haben wir gefunden, machen wir heute ein Rezept, das typisch kanadisch ist. Wir machen Pirogi. Was eigentlich polnisch ist. Aber polnisch-kanadisch. Emily, damit ihr ihren Background versteht, sie ist Kanadierin. Aber die Papi ist von... China. Und ihr Mami? Ihre Eltern sind aus Polen. Wenn ich dich frage, woher du kommst, dann sagst du Kanada. Natürlich. Ich bin in Kanada geboren, deshalb bin ich Kanadierin. Ich bin auch in der Schweiz geboren, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Schweizerin bin. Jemand fragt, woher kommst du? Wenn ich Schweizer frage, dann sage ich ja, ich komme von Langenthal. Lange mal. Langenthal. Und dann kommt immer die Folgenfrage, aber woher kommst du wirklich? Ich kann nicht einfach sagen, ich bin Schweizerin und dann ist es für mich gut. Und so selbstverständlich und so selbstbewusst wie du sagen, ich bin in der Schweiz geboren, ich rede perfekt Schweizerdeutsch, ich habe einen Schweizer Pass, also bin ich Schweizerin. Ich habe das Gefühl, in der Schweiz werde ich nicht nie als Schweizerin wahrgenommen. In the year 2016 alone, Kanada admitted to its country more than 300.000 Immigrants. Kanadierin zu ziehen, es hat auch mit Migration zu tun. Es ist ein Teil unserer Identität, dass wir alle Migrationshintergrund haben. Ich war ja schon öfters in Kanada, um Verwandlungen zu besuchen, weil mein Onko mich vom Flughafen abholen konnte. Auf dem Weg habe ich nicht eine weise Person gesehen. Ich habe Leute gesehen, die asiatisch aussehen, Leute, die so wie ihr aussehen oder schwarz sind. Aber ich habe nicht einen weisen Menschen gesehen. Man ist offen, man zelebriert die verschiedenen Kulturen. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie Justin Trudeau zu unserem Feiertag gratuliert. Zu seiner Bevölkerung, die auch ganz für Tamiradunner sind. We should seize every opportunity to celebrate the many cultures, languages and beliefs that make our country such a wonderful place to live. Mensch, das wird eigentlich so ein Bundesrat in der Schweiz machen. Never ever. Freiheitlichen Rahmenbedingungen. What? Es ist von unserer Politik erwartet, dass die sowas machen. Das ist so nicht neu. Kanada ist multikulturell. Aber das ist ja in der Schweiz auch. Aber trotzdem passieren solche Sachen irgendwie nicht so deutlich. Ich habe das Gefühl, dass der Trudeau sich so offensichtlich gegen Trump... Abhebe. Ja. Er wird so die Anti-Trump sein. Es ist so wichtig, dass wir nicht Amerikaner sind. Wir sind toleranter. Dass wir machen es absichtlich offensichtlicher. Aber wir machen es besser als die Amerikaner und das ist gut genug. Oder? Du kannst jetzt hier oben gleich abschreiben. Was willst du am coolsten an Kanada? Ist es der Premierminister Justin Trudeau? Ist es das Eishockey? Ist es Bier? Ist es Akon-Sirup? Oder dass es ein Multikulti-Land ist? Gib jetzt deine Stimme hier oben an. Es wird mir einfach wundern, wie du denkst. Koppar, wir sind schon praktisch fertig. Gib Emily und mir ein Like und abonnieren. Und wir sehen uns nächsten Freitag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.